Es geht heute, wie der Titel schon verrät, um die zentralen Ergebnisse der Studierendenbefragung zum Thema Diversity, das wir an der Uni Wien durchgeführt haben. Und im Zusammenhang mit dieser Studierendenbefragung habe ich eigentlich wiederholt gesagt, die Universität Wien möchte sich genauer mit der Zusammensetzung ihrer Studierenden befassen. Weil das die Uni Wien ihre Studierenden nicht so gut kennt, das ist eigentlich an einem Beispiel von letzter Woche klar geworden, ich zitiere das jetzt eigentlich mehr so ein bisschen aus ironischen Gründen, wo ein Studierender sich in einem offenen Brief an die Uni-Leitung warnte, weil er aufgrund seiner schwarzen Hautfarbe für das Thema Internationalität herhalten musste und er fühlte sich eben da in ein falsches Eck gedrängt. Die Uni Wien hat sich mittlerweile entschuldigt, das Bild von der Startseite genommen, aber es geht natürlich sehr stark und damit sind wir schon mitten im Thema des heutigen Abends um die Frage der Repräsentation und wer hat eigentlich Migrationshintergrund zum Beispiel. Weil Ausgangslage ist die, dass die Uni Wien wie auch andere tertiäre Bildungseinrichtungen sich mit der Zusammensetzung ihrer Studierenden mit Faktoren wie Migrationshintergrund, Schicht und Beeinträchtigungen befassen müssen. Und die großen Schlagworte in diesem Zusammenhang sind Diversität, soziale Inklusion und so weiter. Und übergeordnete Ziele sind so etwas wie Bildungsgerechtigkeit zum Beispiel. Aber die Frage ist, wenn ja, wer soll eigentlich mehr inkludiert werden? Nach welchen Dimensionen wollen wir uns unsere Studierenden genauer anschauen? Wie definieren wir diese Dimensionen? Diese und andere Fragen haben mich und meine Kolleginnen Daniela Hosner und Helga Reicher, sowie meine Chefin Silvia Bukowska im letzten Jahr immer wieder beschäftigt und viele Diskussionen aufgeworfen. Und bei einem ersten Sondieren des Fälles haben wir herausgefunden, dass die Uni Wien eigentlich zum Beispiel keine Daten hat, um so etwas Migrationshintergrund definieren zu können. Es werden ja nur Nationalität und Orte Matura erfasst und so haben wir zum Beispiel keine Daten über Studierende zweiter Generation hier im Haus. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, eine Umfrage zu machen, eine Online-Umfrage, um eben an diese Daten zu gelangen und sind im Zuge dessen auf die Firma CHE Consult gestoßen, die bereits eine größere Erfahrung hat mit einem Fragebogen, der in verschiedenen deutschen und finnischen Unis angewandt wurde. Diesen Fragebogen haben wir hergenommen und gemeinsam mit Expertinnen einerseits aus dem Studien- und Lehrwesen, andererseits aus dem Rektorat völlig umgemodelt und gemeinsam weiterentwickelt und ausgestaltet. Und dabei haben wir auch, der Fokus war eben eigentlich so mehr Migrationshintergrund und Schicht, aber wir haben auch die Gunst der Stunde genutzt und gesagt, so und jetzt wollen wir alle Diversity-Dimensionen, alle Kerndimensionen von Diversität, wie sie immer wieder genannt werden, also Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, Religion, Beeinträchtigungen hineinnehmen. Und das wurde sehr positiv aufgenommen, also hier ein Zitat aus von der Uni Wien Facebook-Seite, glaube ich war das, oder getwittert, Hut ab für die Umfrage, ich finde es sehr gut, dass man sich nicht für ein Geschlecht entscheiden muss, weil wir haben, das war auch sehr revolutionär quasi in diesem Haus, die Dimension Geschlecht nicht nur in Mann und Frau aufgeteilt, sondern auch eine Antwortkategorie gelassen, ich kann mich keinen der beiden Geschlechter zuordnen. Also neben diesen zentralen Kerndimensionen von Diversität lag der Fokus der Befragung auf Migrationshintergrund, dann sozioökonomischen Merkmalen, einerseits sowas wie Bildungshintergrund der Eltern, finanzielle Situation, aber auch ein weiterer Schwerpunkt war Beeinträchtigung und für uns ganz wichtig und zentral die Frage nach möglichen Diskriminierungserfahrungen. Das haben wir extra ausgestaltet. Der Fragebogen hat dann insgesamt ca. 15 Minuten gedauert zur Beantwortung und der wurde an alle ordentlichen Studierenden verschickt. Wir haben die Erasmus-Studierenden Incomings, haben wir dezidiert ausgeklammert, weil wir gesagt haben, die haben nicht genug Erfahrung hier im Haus und wir wollen quasi alle, die länger hier studieren. Und wir waren überrascht und wirklich, das ist sehr positiv, wir hatten eine überwältigende Rücklaufquote von über 19.000 auswertbaren Fragebögen, was für eine Massenuni, die ja sehr anonym ist quasi, eigentlich ein wahnsinnig gutes Ergebnis ist. Und das zeigt aber auch für uns, dass das Thema Diversität offensichtlich ein brennendes ist. Und diesen Datenberg an 19.000 auswertbaren Fragebögen haben ich und meine Kolleginnen jetzt in mehrmonatiger Arbeit ausgewertet und eben versucht, diese zentralen Themen noch einmal nach dem Bildungshintergrund, nach dem Migrationshintergrund und Beeinträchtigungen anzuschauen und dabei herauszufinden, wie so Themen, die für die Hochschule relevant sind, also Studienwahl, Umgang mit Wissenschaftssprache, Finanzierung des Studiums, ob es da Unterschiede gibt zwischen den Gruppen, die wir definiert haben. Grundsätzlich kann man sagen, was jetzt Diversität betrifft, dass eigentlich die Uni Wien die gesellschaftliche Vielfalt in allen ihren Dimensionen mehr oder weniger gut abbildet. Ich gehe nachher noch ins Detail. Also wir haben hier Personen aus allen sozioökonomischen Schichten, einer Vielzahl an Herkunftsländern, unterschiedlichen Geschlechts-, auch Transgender-Personen, verschiedener sexueller Orientierung mit oder ohne körperliche und psychische Beeinträchtigungen. Und hier ein Überblick, das ist über die Kerndimensionen von Diversität, also von den Antworten her waren 70 Prozent der Beantworteten weiblich und knapp 30 männlich, etwas weniger als 1 Prozent Transgender. Damit haben wir eine leichte Schieflage zugunsten von Frauen. Also wir haben etwas weniger weibliche Studierende eigentlich an der Uni Wien und mehr, die den Fragebogen beantwortet haben. Vom Alter her, also zwei Drittel der Befragten sind bis zu 25 Jahre nicht überraschend. Das ist ja, der Großteil ist ja im Bachelor-Master-Studium. Jeder, jeder siebte Studierende ist 31 Jahre und älter. Da gibt es aber dann auch Unterschiede je nach Bildungshintergrund zum Beispiel, weil die natürlich eine andere Bildungsbiografie haben zum Teil, wenn sie aus bildungsferneren Schichten stammen. Wir haben bei Religion den Grad quasi der religiösen Orientierung gefragt und jeder, jeder zweite Befragte fühlt sich keiner religiösen Tradition zugehörig und knapp nur 5 Prozent sind sehr stark religiös. Sexuelle Orientierung, knapp 90 Prozent geben an heterosexuell zu sein, die restlichen 10 Prozent sind homo- oder bisexuell. Das entspricht ungefähr der Zusammensetzung der Bevölkerung. Interessant, auch Sprachkenntnisse Deutsch, das haben wir hinzugenommen, jetzt auch für uns, für eine Hochschule ein relevantes Kriterium. Nur circa 8 Prozent sind gar nicht mit Deutsch aufgewachsen und für weitere 17 Prozent war Deutsch die Zweitsprache und für die restlichen drei Viertel ist Deutsch die Erstsprache. Beeinträchtigungen, hier haben wir gefragt nach psychischen und oder körperlichen Beeinträchtigungen, die sich auf das Studium auswirken. Also wir haben bewusst die ausgeklammert, die durchaus auch Beeinträchtigungen angeben, aber dann sagen, dass sie sich nicht auf das Studium auswirken und das sind 15 Prozent aller Studierenden. Allerdings muss man hier dazu sagen, dass der Großteil psychische Krankheiten sind. Das war für mich, ich meine ich habe mich mit dem Thema Beeinträchtigungen vorher nicht zu viel beschäftigt. Sehr interessant im Grunde, also so die klassischen körperlichen Beeinträchtigungen, visuell, akustisch, Bewegungsapparat, das ist ganz unten zu sehen. Das sieht eigentlich am geringsten aus im Vergleich zu den Antworten Erschöpfung, Niedergeschlagenheit, Burnout ganz oben, Angstzustände, Prüfungsangst auch noch relativ häufig und dann Kopfschmerzen, Migräne, Allergien und so weiter. Das ist so der Überblick über die Beeinträchtigungen. Hier muss man auch noch einmal differenzieren, es gibt natürlich Studierende, die nur eine dieser Beeinträchtigungen angeben und welche, die von mehreren gleichzeitig betroffen sind. Also das sind durchaus auch mehrfach Antworten drinnen. Darum haben wir auch keine Prozentangaben in dem Sinn hier gemacht, sondern die Absolutzahlen angegeben. Wenn wir jetzt weitergehen zum Bildungshintergrund der Eltern, weil das war für uns ein sehr zentrales Kriterium. Wir haben uns hier an die Statistik Austria angelehnt und versucht, den Bildungshintergrund der Eltern in vier große Gruppen zu clustern. Es ist relativ allgemein natürlich, also einerseits von Pflichtschule über Lehrermeisterfachschule, dann dritte Kategorie Matura Akademie und vierte Hochschule. Und hier sehen wir, dass nur ca. 4,6% aller Befragten aus sogenannten bildungsfernen Schichten stammen. Mit bildungsfern ist gemeint, dass die Eltern Pflichtschulabschluss haben. Beide Eltern in dem Fall, weil für diese Auswertung wurde immer der höchste Bildungsabschluss von Vater und oder Mutter gezählt. Also wenn der Vater zum Beispiel Hochschulabschluss hat, kommt die Person hier unter Studierender mit Eltern Hochschulabschluss. Und in dem Fall eben haben beide Eltern dann nur Pflichtschulabschluss in 4,6% und zwei Drittel der Befragten geben an, dass mindestens ein Elternteil maturiert hat, beziehungsweise auch dann sogar vielleicht die Hochschule besucht hat. Wenn wir uns das mit den Daten der österreichischen Bevölkerung vergleichen, das ist immer natürlich schwierig, was vergleicht man miteinander, vor allem wir vergleichen hier ja auch Studienstandort Wien mit Österreich allgemein, aber in der österreichischen Bevölkerung zwischen 25 und 64 geben 16% an, dass sie Pflichtschulabschluss besitzen. Und nur knapp 30% haben Matura oder sogar ein Hochschulstudium. Das heißt, man sieht hier, dass quasi nicht alle Schichten in der gleichen Weise repräsentiert sind. Und da gibt es natürlich Ursachen dafür und der Grund ist aber nicht unbedingt die Uni mit ihrem Image und mit ihrem Angebot, sondern es liegt bekanntlicherweise, es wird ja sehr viel diskutiert in der ganzen Bildungsdebatte am österreichischen Schulsystem, wo man schon nach der fünften Schulstufe eine sehr, sehr wegweisende Entscheidung treffen muss, nämlich zwischen Hauptschule und Gymnasium und das entscheidet nachher natürlich auch sehr, oder prägt sehr stark in die Richtung, ob jemand dann Matura macht und später ein Hochschulstudium absolviert oder nicht. Also der zweite Bildungsweg ist relativ gering. Was sich, der Bildungshintergrund der Eltern war für uns auch zentral, oder für uns war auch interessant zu sehen, inwiefern es hier Unterschiede gibt zwischen den Studierenden und wir haben uns zum Beispiel die Selbsteinschätzung der Studierenden angeschaut in verschiedenen Fragestellungen. Wir haben zum Beispiel geschaut, wie sie ihre Schulleistungen im Vergleich zu den anderen in ihrer Schulklasse einschätzen, wie sie den Umgang mit Wissenschaft, also ihren eigenen Umgang mit Wissenschaftssprache einschätzen, ob sie Probleme mit Wissenschaftssprache haben oder nicht, wie zuversichtlich sie sind, ihr Studium erfolgreich abzuschließen und hier haben wir schon ein klares Gefälle zu Ungunsten von bildungsferneren Schichten mit dieser Selbsteinschätzung. Auch bei den Angaben zu, ob eine Person Diskriminierung selbst erlebt hat und zu Angaben über psychische und körperliche Beeinträchtigungen sind diese Angaben höher bei bildungsferneren Schichten und es fällt ab, je höher der Bildungsgrad der Eltern. Auch ein weiteres Detail sind natürlich auch die nötige Berufstätigkeit zur Finanzierung des Studiums, aber das ergibt sich relativ klar aus dem sozialen Hintergrund. Wenn wir uns die Beeinträchtigungen genauer anschauen nach dem Bildungshintergrund der Eltern, dann sehen wir hier mit dem roten Pfeil markiert, 23,6 Prozent, also fast ein Viertel aller jener, die den Eltern Pflichtschulabschluss haben, geben an, dass sie psychisch oder körperlich beeinträchtigt sind oder sich beeinträchtigt fühlen. Hingegen bei den Eltern mit Hochschulabschluss sind es 15,5 Prozent. Also das ist schon irgendwie, das deutet schon darauf hin, dass hier offensichtlich ein erhöhter Druck oder eine schwierigere Studiensituation allgemein zu verorten ist, vor allem wenn man auch in Betracht sieht, dass der Großteil eher psychische Erkrankungen sind. Also ich denke mal, das ist ein, sehr wichtiger Punkt, hier genauer hinzuschauen. Allerdings, und hier kommen wir zum nächsten Punkt, das war jetzt quasi die subjektive Wahrnehmung der befragten Studierenden, aber wenn wir uns anschauen, den Verbleib oder die Verteilung der sozialen Schichten nach Bildungshintergrund auf die Studienebenen, also Bachelor, Master, Magister, Doktorat, und schauen inwiefern diese durchlässig sind, so kommen wir zu dem mehr oder weniger überraschenden Ergebnis, dass sich hier die Schichten gleich aufteilen. Also die These ist quasi, der Zugang zur Uni ist vorher sehr sozial selektiv und wir haben einen sehr geringen Prozentsatz an Bildungshintergrundschichten im Haus. Wenn sie allerdings einmal hier sind, trotz aller größeren Schwierigkeiten ist offensichtlich eine gewisse Durchlässigkeit gegeben und das ist an sich auch wieder ein positiver Teil. Nur muss man hier bei dieser Tabelle auch sagen, es handelt sich hier nicht um Studienabschlüsse. Das heißt, es sind Leute, die befinden sich in den jeweiligen Studien und über den tatsächlichen Studienerfolg, das müsste man sich auch noch genauer anschauen. Für eine weitere Ebene haben wir uns die Studierenden angesehen nach sogenannten Bildungsinländerinnen und sogenannten Bildungsausländerinnen, also wir haben grundlegende Unterschieden zwischen Leuten, die in Österreich sozialisiert wurden, ihre Schulbildung hier absolviert haben und jenen, die aus dem Ausland gekommen sind, um in Österreich zu studieren. Und hier sehen wir, dass zwei Drittel der Befragten sind Bildungsinländerinnen ohne Migrationshintergrund, sind hier in Österreich aufgewachsen, zur Schule gegangen und ihre Eltern sind beide in Österreich geboren. Weitere 9,3% sind sogenannte Bildungsinländerinnen mit Migrationshintergrund. Das ist eigentlich die Gruppe, die uns sehr stark interessiert, wo wir wissen wollten, wie geht es denen, die in Österreich aufgewachsen sind, den Eltern aber aus dem Ausland zugezogen sind, wie gut sind die quasi integriert und wie schaffen es die an die Hochschule. Dieser Prozentsatz ist, wie man hier sieht, relativ gering. Und ein Viertel fast sind eben die sogenannten Bildungsausländerinnen oder auch oft internationale Studierende genannt, das ist ein bisschen unklar von der Bezeichnung her, die sind eben im Ausland aufgewachsen, zur Schule gegangen und nach Österreich für die Hochschule migriert. Was hier interessant ist, ist, inwiefern sich diese Gruppen unterscheiden, also zum Beispiel die Bildungsausländerinnen, die haben einen viel höheren Anteil an Eltern mit Hochschulabschluss, das liegt bei 60% und im Durchschnitt quasi bei den Studierenden ist der bei 43%. Das heißt, die kommen eigentlich aus viel bildungsorientierteren Schichten, möglicherweise auch aus ökonomisch besser gestellten Schichten, weil es ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage, ob sich jemand leisten kann, für ein Studium nach Österreich zu kommen. Aber kommen wir jetzt noch genauer zu den Bildungsinländerinnen und Migrationshintergrund, also zu den quasi in Österreich aufgewachsenen. Wie gesagt, sind das weniger als 10% aller Befragten, oder anders gesagt, jede achte Bildungsinländerin an der Universität Wien hat Migrationshintergrund. Und Migrationshintergrund heißt bei uns eben, dass beide Elternteile im Ausland geboren sind. Wenn man das wieder mit der österreichischen Gesamtbevölkerung versucht, den Bezug zu setzen, Statistik Austria sagt, dass 20% der österreichischen Bevölkerung nach dieser Definition Migrationshintergrund hat. In Wien zum Beispiel, der Integrationsreport spricht sogar von 50%, die haben allerdings eine andere Definition, die zählen auch dann zum Migrationshintergrund, wenn nur ein Elternteil im Ausland geboren ist. Das ist auch hier so die Vergleichslage. Es war für uns natürlich auch sehr interessant zu schauen, also welche Wurzeln oder welchen Migrationshintergrund haben diese Studierenden. Hier ist sehr deutlich, dass ein Viertel entfällt auf Ex-Jugoslawien, hier in Orange markiert. Circa ein weiteres Viertel auf die EU-Beitrittsstaaten aus 2004 und 2007. Das ist etwas verwirrend hier in Blau und Grau, also mit EU-10 und EU-2 bezeichnet. Türkei hat nur 13%, also türkischstämmige Studierende sind nur 13% und auch Studierende mit Wurzeln in Asien oder Deutschland sind relativ gering mit nur 10%. Das ist aber, wenn man sich auch wieder die Vergleichsdaten mit der Bevölkerung anschaut, spiegelt das relativ gut die derzeitige Bevölkerungsstruktur wider. Wie ich schon erwähnt habe, ist der Bildungshintergrund bei diesen Bildungsinländerinnen mit Migrationshintergrund sehr unterschiedlich. Wir haben hier nur vier Gruppen verglichen, also einerseits Studierende mit deutschen Eltern. Hier sehen wir, die haben einen sehr, sehr hohen Anteil an Akademikereltern, also mit dem in Gelb oder Orange. Dahingegen Studierende mit türkischen Eltern kommen zu über 50% aus bildungsfernen Haushalten und nur knapp 10% haben Eltern mit einem akademischen Background. Bei Studierenden mit Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien teilt sich das relativ gut auf, auf die verschiedenen Schichten und auch Studierende mit Eltern aus den EU-Osterweiterungsländern, die sind relativ gut gebildet, wie man sieht. Die haben 47,1% Eltern aus Akademikerhaushalten und 38,7%, die auch maturiert haben und sehr, sehr, sehr wenige, die Pflichtschule oder Lehrefachschule besucht haben. Das finde ich total interessant, wie unterschiedlich diese Gruppen zusammengesetzt sind. Und für uns heißt das, wenn wir uns das ansehen, dass eindeutig vor allem Studierende mit türkischen Eltern, aber auch jene mit Eltern aus Ex-Jugoslawien, eindeutig zu den sozialen Aufsteigerinnen in ihren Familien zählen. Und dieser Aufstieg ist aber nicht unbedingt einfach, weil wir sehen hier bei den Bildungsinländerinnen im Migrationshintergrund verglichen mit denen ohne Migrationshintergrund sowieso etwas mehr Schwierigkeiten mit der Wissenschaftssprache. Sie sind auch weniger zuversichtlich, was ihren Studienerfolg betrifft. Und, das ist ein weiterer Punkt, es gibt auch Unterschiede im Hinblick auf Diskriminierungserfahrungen. Also, wie gesagt, haben wir gefragt, ob Studierende selbst Diskriminierung erlebt haben oder Diskriminierung beobachtet haben. Selbst erlebt es hier im Blau in diesen Balken. Und hier geben 16% der Studierenden mit türkischen Eltern an, dass sie Diskriminierung am eigenen Leib erlebt haben. Aus EUF da zum Beispiel ist es nur 8,5%. Also, das ist einfach halb so viel. Und für uns heißt das quasi zusammengefasst, dass insbesondere die Gruppe der Studierenden mit türkischem Migrationshintergrund verstärkten Unterstützungsbedarf hat. Wir setzen das aber auch wieder in Zusammenhang mit dem Bildungshintergrund der Eltern. Also, das muss man auch immer bedenken. Es geht ja nicht unbedingt nur um Herkunftsland und Kultur, sondern es geht sehr stark auch darum, dass die einfach aus einer ganz anderen Schicht stammen und es auch dahingehend auch schwieriger haben und auch einen anderen sozialen Status haben, der natürlich auch an der Universität eine Rolle spielt. Interessant ist auch, wie sich der Bildungshintergrund der Eltern auf die Studienwahl auswirkt. Also, wir sehen, dass die sozialen Aufsteigerinnen allgemein mehr oder tendenziell häufiger in Lehramtsfächern Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft und Pharmazie vertreten sind. Die Studierenden mit Migrationshintergrund, da sehen wir ein bisschen mehr Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Translationswissenschaften und auch Pharmazie. Etwas anders ist es bei den Studierenden aus dem Ausland, also den Bildungsausländerinnen. Die sind durch einen überwiegenden oder einen sehr hohen Anteil an Deutschen gekennzeichnet. Also, 43 Prozent der Befragten, die aus dem Ausland nach Österreich gekommen sind, zum Studium geben an, aus Deutschland zu kommen. Gefolgt von Studierenden aus den westlichen EU-Ländern und EFTAs sind gut 20 Prozent. Dann aus den EU-Beitrittsstaaten 2004 und 2007, das sind gut 15 Prozent. Studierende aus Ex-Jugoslawien machen nur 6,5 Prozent aus und aus der Türkei nur 5 Prozent. Was auch interessant war für uns, weil es gibt ja viele Erfahrungen, es hat viel gesprochen auch an der Uni Wien, und die Gruppe der türkischen Studierenden wird auch sehr oft hervorgekehrt, macht aber nur eine sehr, sehr kleine Gruppe aus. Bildungsausländerinnen, da sehen wir, die sind relativ zielstrebig in der Wahl ihrer Hochschule. Für zwei Drittel war die Uni Wien die erste Wahl und sie geben dabei an, dass sie die Attraktivität der Stadt, das Studienangebot und Lebensqualität als treibende Faktoren für sich empfinden. Wir sehen, dass sie häufiger in Wirtschaftswissenschaften, Psychologie- und Translationswissenschaften vertreten sind als Bildungsinländerinnen. Und sie sind nicht nur, oder fühlen sich nicht nur subjektiv zuversichtlicher, was ihr Studium und dessen erfolgreichen Abschluss betrifft, sie kommen auch überdurchschnittlich häufig aus Akademikerinnen-Haushalten. Und hier sind die türkischen Studierenden, eine kleine Gruppe, eine große Ausnahme, weil die haben nur einen kleinen Anteil an Akademikereltern. Also wir sehen hier wieder einen Unterschied. Deutschland ist eben der erste Balken. Hier hat fast zwei Drittel, hat Eltern mit einem Studienabschluss. Auch die Studierenden aus den EU-Osterweiterungsländern im letzten Balken haben einen sehr, sehr hohen Anteil, noch höheren Anteil an Eltern mit Studienabschluss. Bei den türkischen Studierenden ist er geringer. Und eben auch interessant, bei den türkischen Studierenden auch ein Viertel kommt aus bildungsfernen Schichten. Also es ist schon auffällig, dass hier die Streuungen sehr unterschiedlich sind, je nach Herkunftsregionen. Und das wirkt sich auch auf weitere Themen aus. Also wir haben hier zum Beispiel auch noch das Thema der Beeinträchtigung. Auch wieder hier auffallend, dass 38 Prozent der Studierenden, die aus der Türkei nach Österreich gekommen sind, angeben, unter psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen zu leiden. Es ist, möchte ich noch einmal betonen, eine kleine Gruppe, ein kleines Sample in diesem Fall. Aber es ist durchaus etwas, was zum Nachdenken anregen soll, was mit dieser Gruppe offensichtlich, welche Schwierigkeiten die aufweist und wie das zusammenhängt eben mit dem sozialen Status, mit dem Bildungshintergrund und welche Unterstützungsmaßnahmen hier entwickelt werden können. Ich komme nun zum Fazit. Zusammenfassend kann man also sagen, es war für uns in erster Linie interessant, einmal Zahlen zu haben. Also Zahlen, wo man sagen kann, wie gut sind unterschiedliche Gruppen von Studierenden oder von Menschen an der Uni Wien repräsentiert. Und wenn wir uns auf den Fokus eben der bildungsfernen Schichten oder des Bildungshintergrunds und Migrationshintergrunds konzentrieren, dann sehen wir, dass wir eine Unterrepräsentation von Studierenden aus Bildungswellenschichten haben, ist wenig verwunderlich oder wenig überraschend, ist ein bildungspolitisches Thema, können aber hier eben positiv anmerken, wenn die Leute mal im Unisystem angekommen sind, gibt es kaum Unterschiede. Auch was Studierende mit Migrationshintergrund betrifft, ist eben, wie gesagt, sind diese unterrepräsentiert im Vergleich zur österreichischen Bevölkerung. Das heißt, die soziale Mobilität ist ein großes Thema, an dem gearbeitet werden muss. Es zeigt sich auch, dass es klaren Unterstützungsbedarf gibt für Studierende aus einzelnen Herkunftsregionen und dem wird auch mit einzelnen Maßnahmen schon Rechnung getragen, also komme ich später noch. Und auch das Thema der Diskriminierung und aus meiner Sicht vor allem der psychischen Belastung ist eins, das betrachtet gehört. Also es zeigt sich einfach eine gehäufte Diskriminierungserfahrung und psychische Belastung, vor allem eben bei Studierenden mit türkischem Migrationshintergrund oder auch aus der Türkei kommend. Und hier ist auf jeden Fall Sensibilisierung und Unterstützung nötig. Vieles von dem, was ich hier jetzt zusammenfassend gesagt habe, ist wahrscheinlich für Sie, wenn Sie an der Uni Wien arbeiten, ich kenne ja einige Gesichter, nichts Neues, also man kriegt ja einiges mit. Und es gibt mittlerweile auch viele Programme und Maßnahmen, die eben an dem ansetzen wollen, was wir jetzt so diskutiert haben. Wir haben auch in unserem neu gestalteten Diversity-Portal, wir haben ja die Diversity-Management-Seite sehr abgeschlackt und übernommen und neu gestaltet. Da gibt es eine zusammenfassende Liste von allen Projekten, Maßnahmen, Initiativen, Forschungsschwerpunkten, die es an der Uni Wien gibt, die sich mit irgendeiner oder mit den Kerndimensionen von Diversität befassen. Also bitte gerne auch mal reinschauen oder wenn etwas fehlt, gerne ergänzen und meinen Kolleginnen schreiben, dass das noch ergänzt gehört. Dann noch kurz zu den bestehenden Maßnahmen, also wir haben ja gesagt, eine der Gruppen, die uns interessiert, sind bildungsferne Schichten. Es gibt die Kinder-Uni und Tour, und beim Uni-Club werden gezielt Jugendliche ab 13 Jahren aus allen möglichen Schichten angesprochen. Es gibt auch sehr viele mit Migrationshintergrund und die haben quasi langsam an Wissenschaft herangeführt. Und es gibt auch Informationen an Schulen, das Projekt Schule trifft Uni und so weiter und das ist glaube ich vom Student Point. Für die Gruppe der Studierenden mit Migrationshintergrund, die bereits an der Uni Wien sind, gibt es zum Beispiel hervorzuheben ein Mentoring-Projekt von der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft für Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Und es gibt auch ein Schreibmentoring auf der Politikwissenschaft. Und für die Zielgruppe der beeinträchtigten Studierenden tut sich jetzt, glaube ich, sehr viel. Es gibt ja den Student Point Barrierefreier-Team. Bruno Leise hier mit seinem Kollegen. Hier gibt es ein gutes Beratungsangebot für Studierende mit Beeinträchtigungen und auch so Angebote wie eben zum Beispiel ein Stipendium zur Unterstützung von beeinträchtigten Studierenden. Das ist schon einiges, aber es kann noch weitergehen. Also wir haben uns auch natürlich überlegt, was sagen uns diese Zahlen oder diese zentralen Aussagen quasi, die wir aus unserer Umfrage treffen, in welche Maßnahmenrichtung denken wir von der Uni Wien aus. Ich glaube, es ist relativ klar, dass vor allem für Studierende mit Migrationshintergrund oder für Studieninteressierte noch einiges getan werden soll. Grundsätzlich ist immer der Ausbau von Mentoring-Programmen und Body-Projekten sinnvoll. Also gerade das Peer-to-Peer-Arbeit erweist sich da, glaube ich, sehr sinnvoll. Da gibt es auch interessante Ansätze, zum Beispiel von Stiftung Arbeit der Kind, um auch gezielt bildungsführende Schichten anzusprechen. Was wir auch angedacht haben, ist so etwas, eben gerade zum Thema Diskriminierung. Wir haben ja die Antworten nicht qualitativ ausgewertet bisher, aber es gibt ja einen qualitativen Teil, den wir uns in der Abteilung oder mit externer Hilfe noch anschauen möchten. Aber die Zahlen sprechen schon dafür, dass es offensichtlich hier Bedarf gibt, zum Beispiel so etwas in eine Beratungsstelle einzurichten. Wir haben ja von der Abteilung aus die Beratungsstelle sexuelle Belästigung und Mobbing, wo anonym und kostenlos und vertraulich Menschen hinkommen können, wenn sie eben Erfahrungen mit sexueller Belästigung oder Mobbing machen. Und genau so etwas wäre eventuell auch anzudenken für Studierende, die eben Diskriminierungserfahrungen machen. Das ist also eine erste Idee, die uns gekommen ist aus dieser Umfrage. Was sicher auch wichtig ist, und das wir oft vergessen, sind die Mitarbeiterinnen, vor allem diejenigen, die quasi den Erstkontakt zu den Studierenden darstellen. Also nicht erst an die Lehrenden und Professorinnen, sondern oft auch das allgemeine Personal bei der Studienadministration, dass diese auch besonders sensibilisiert werden und hier Maßnahmen angeboten werden. Und last but not least braucht man natürlich auch immer, oder ist jetzt begonnen worden, mit einem Datenmonitoring und es wäre interessant, das fortzusetzen und zu schauen, wie sich quasi die Zahlen entwickeln und hier auch weiterhin Entwicklungen steuern zu können und auch Erfolge feiern zu können. Und das wäre, glaube ich, der richtige Weg in Richtung, dass die Uni Wien von sich sagen kann, dass sie soziale Inklusion und Diversity wirklich auf ihre Fahnen schreibt. Danke. Applaus 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 Vielen Dank.